Der Schwinkersport bedeutet für mich sehr viel. Er ist ein grosser Teil meines Lebens. Ich investiere viel Zeit in den Sport und dementsprechend ist hier wie eine Liebe entstanden. Meine Stärken sind, dass ich ein aktiver Schwinger bin, dass ich aktiv in den Gang reingehe, dass ich eine Entscheidung suche, dass ich ein Risiko eingehe und dass es, so wie ich schwinge, attraktiv für die Leute zum Zuschauen ist. Ich finde, die Traditionen im Sport sind sicher zu gewährleisten. Zum Beispiel mit dem Rücken abputzen, man zeigt dem Gegner Respekt, man gibt ihm die Hand. Das finde ich wunderschön an diesem Sport. Und das gehört sich auch. Jeder unterstützt jeden. Am Schwingfest hat man immer etwas zu lachen. Man sitzt alle auf den Tisch. Das stürzt natürlich auch mental. Und wenn man in der Vorbereitung ein gutes Training hatte, gut trainiert hat, dann hat man auch Technik. Und dann kann man sich auf das verlassen und es gibt mir alles. das ist. Das ist eine große Herausforderung.